Hey Freunde, willkommen zum nächsten Verbundbrett. Diesmal kostet das Brett, wo haben wir es, 9,30 Euro. Alles natürlich wieder ausgerechnet. Das Einzige, was ich bei allen Berechnungen nicht drunter habe, ist die Zündschnur. Ansonsten ist alles mit einberechnet, auch zum Beispiel dieser Flashbang mit 60 bis 80 Cent. Und wir fangen mal an. Wir starten hier beim Flashbang. Wir gehen weiter zur Discovery von Beko. Huch, mein Mikro. Zur Discovery. Dann kommt eine AK96, eine Leuchtkometenbatterie von Street Fireworks. Und abgerundet wird dieser Verbund mit der Glory 12 Schuss Goldbatterie, auch von Street Fireworks. Wie gesagt, 9,30 Euro Verbund. Und lasst doch ruhig mal in den Kommentaren eure Meinung da, wie euch dieser kleine, süße Verbund gefallen hat. Also Freunde, bis gleich. Draußen zur Zündung. So, kommen wir jetzt zum Brett für den schmalen Talon. 9,50 Euro. Mal schauen. Mal schauen. Das war's. Na ja, ist okay. Na ja, ist okay.